Kurumasana, die Schildkröte, ist eine fortgeschrittene Vorwärtsbeuge. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz ausgehend gibst du die Beine etwas auseinander. Du beugst die Knie etwas und gibst die Arme unter den Kniekehlen hindurch. Und dann streckst du die Beine, soweit du kannst. Fersen nach vorne, Zehen sind leicht angezogen. Du kannst dabei entweder die Handrücken auf den Boden geben oder in der Grundstellung wären die Handflächen auf den Boden und Daumen nach außen. Kurumasana ist eine gute Übung für die Flexibilität der Hüften. Gibt auch etwas Flexibilität in den Schultern. Ist eine gute Übung, um den Geist nach innen zu bringen. So ähnlich wie die Schildkröte ihre Beine unter den Panzer hineinbekommt. So ähnlich kannst du deine Sinne und deinen Geist nach innen bringen, wenn du Kurumasana halten kannst. Gerade wer längere Zeit in diesem Asana bleibt, erfährt eine tiefe innere Gemütsruhe, eine innere Gelassenheit und kommt in einen sehr meditativen Gemütszustand. Kurumasana wird typischerweise gemacht im Rahmen des Vorwärtsbeugenzyklus, zum Beispiel nach Paschimottanasana. Typischerweise machst du das vor Yoga Nidrasana und nach den Vorwärtsbeugen kommt dann Pura Votanasana, also die Rückbeuge auf den Fingern, also die schiefe Ebene. Alle Infos über all diese Asanas auf wiki.yoga-vidya.de und nach den Vorwärtsbeugen in der Nähe des Vorwärtsbeugen